Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Thomas von World Gameplay schon wieder. Oh, hä? Mir fällt gerade auf, da... Meiner Scheibe steht Thomas, egal. Okay, ähm, ich bin der Thomas von World Gameplay und hier ist MAN von Euro Truck Simulator 2 zurück im Let's Play und ich hab vorhin schon mal aufgenommen und gewaffelt und nix hat's aufgenommen. Scheiße, ne? Obwohl ich endlich mein Level erreicht habe, das wollte ich ja euch unbedingt zeigen, aber natürlich hat's nicht aufgenommen und ich kann's euch nicht zeigen. Hääääh! Gott, kein Unfall bauen hier. Und dann sag ich's jetzt nochmal, Wer mit mir einen Talk machen möchte in Euro Truck, bitte sich melden auf Skype. Mit mir schreiben. Äh? Oder? Äh, Pff, Bratislava? Ähm, Düsseldorf. Düsseldorf. Oder in YouTube Privatnachricht mir schreiben. Und was ich jetzt ab nächster Woche hier... Was ich jetzt ab nächster Woche hier einführen werde auf YouTube, auf meinem Kanal, ist für ein oder zwei Tage so, äh, Retro-Zeit einfügen. Das heißt, ich zeig da nur uralte Spiele, einen ganzen Tag lang. Das heißt, Spiele, die vor 10, 15 Jahren rausgekommen sind, wie zum Beispiel Tetris oder Rollercoaster Taikun 3 oder Zoo Taikun 2 oder Pac-Man oder irgendwas, was halt Retro ist, ne? Also Spiele, die ganz alt schon sind und die auch sehr lustig sind. Das möchte ich diesmal einführen. Und mal gucken, wie das dann bei euch ankommt. Wenn ich dann so Retro-Tage hier einführe. Also bitte auf den nächsten Upload-Plan gucken, wann das kommt. Ich hab schon wieder Durst. Und ich hoffe, ich hab euch damit jetzt auch eine Freude gemacht. Mit den alten Spielen jetzt. Und natürlich werden die Spiele, die ich bis jetzt spiele hier, auch weitergeführt, ja? Außer Scania, Truck Driving Simulator und Werkfeuerwehr Simulator 2014 laufen alle noch. Die zwei, die ich gerade aufgeführt habe, die sind schon eingestellt worden. Die kommen nicht mehr dran, ja. Dafür kommt da jetzt, ähm, anstatt Werkfeuerwehr der Waterpark Taikun, ein brandneues Spiel. Und anstatt Scania wird dann euer Truck Simulator weitergeführt. Ich sehe gerade, Gold. Gold Nuggets. Keks. Ich sehe Keks. Ich sehe Keks. Ich sehe Karamell. Das mache ich nicht. Karamell. Das mache ich nicht. Kokos. Keks. Und ich komme hier gerade vom Weg ab. Keks. Keks. der jetzt? Huch! So, was liefere ich ab? Kekse oder so? Nein, Satteltieflader. Nach Düsseldorf. Okay. Ich transportiere Sattel und keine Kekse. Ich kriege 8000. Juhu! Ach ja, in der letzten Folge, die ich ja nicht aufgenommen habe, ich Depp, habe ich das nächste Level erreicht und habe auch das letzte ADR freigeschalten. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Gott, ich muss da geradeaus fahren. Ja, das ist die richtige Karte. Auch nicht diese Karte, wo alles nur draufgepappt ist. Ich brauche die Karte, wo sie alles bewegt. So richtiges Navi. Okay. Jetzt reden wir wieder vernünftig. Magdeburg, Hamburg geht jetzt nach rechts. Ich muss aber geradeaus und zwar in Richtung Dortmund und Duisburg. Denn ich muss nach, ich habe schon vergessen, Düsseldorf. Alles klar. Fahre mal hier hoch. Licht aus. Ist ja hell genug. Ach ja, und ich freue mich schon auf das neue Eurotrack Simulator 2 Update. Da ist dann die KI schlauer. Eine neue KI ist dann mit dabei. Das heißt, die fahren dann ganz anders als wir jetzt. Ich freue mich schon drauf. Und auf jeden Fall kommen auch wieder brandneue Spiele in den nächsten Monaten. Das heißt, es kommt dann noch Seilbahn Simulator, dann kommt der neue Feuerwehr Simulator von Wizz Games raus. Nächsten Monat steht ja schon alles in simuwelt.de drin auf der Webseite von denen. Kann ich ja schon ruhig sagen. Ist ja schon veröffentlicht. Und dann kommt noch neue Spin Tires. Werd ich auch machen. Und natürlich auch American Truck. Das heißt, ein Truck Spiel in Amerika. Haha. Werd ich auch machen. Oh ja, und vieles mehr. Also es werden jetzt sehr, sehr viele neue Sachen kommen auch. Also ihr könnt euch auf neue Sachen gefasst machen. Und natürlich auch auf die ganz alten Retro Sachen, ne? Die ich schon gekültigt habe. Und ich hoffe, ihr freut euch auf alles, was noch kommt. Wie gesagt, immer Uploadplan beachten. Und noch einen Hinweis zum Uploadplan. Und zwar die Spiele, die ihr jetzt auf dem Uploadplan seht. Steht auch unten drunter. Ähm, in roter Schrift. Dass die ganzen Spiele jetzt in einer beliebigen Zeit hochgeladen werden. Also nicht mehr 16, 28, 20 Uhr. Weil es wird sowieso nicht eingehalten. Das heißt, irgendwann im Laufe des Tages werden die vier Spiele hochgeladen. So. Ist dann auch besser für euch. Weil, wenn drin steht 16 Uhr, ne? Und es ist dann immer noch nicht hochgeladen. Sondern fragt ihr euch bestimmt, wo ist das Spiel jetzt endlich mal? Ist das schon 16 Uhr rum? Ne? Und deswegen kommt das jetzt einfach irgendwann. Am Laufe des Tages. Oh Mann. Oh Mann. Gott. Ich krieg für diese Lieferung 9000 Euro. Ich bin gleich reich. Ich, ich, ich bin gleich reich, reich, reich. Ich war hier schon mit 75 hier. Auf der Autobahn nachts um halb eins. Ich bin der Voice. Ne. Ich bin der Depp. Nein, Quatsch. Ich muss hier in der Mitte bleiben. Ich will nicht nach Osnabrück und schon gar nicht nach Amsterdam. Ich bin nur nach Düsseldorf. Nur Düsseldorf. Und sonst gar nicht. Was ist das da vorne? Sind das Bienenstöcke oder was? Was ist das da? Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, wäre ich schlauer. Aber leider bin ich jetzt noch nicht, weil ich habe noch keine Erdnüsse gegessen. Ich hätte mal wieder Bock auf Studentenfutter, ey. Och. Kennen Sie das auch? Studentenfutter in Milch reintun? Haha. Schmeckt voll gut. So. Nüsse und so in Milch rein. Oh. Hey, wir haben wieder Bock dazu. 86 kmh Ich darf eigentlich nur 80 kmh fahren, aber es mir wurscht Ich bin ja hier König der Straßen So, jetzt geht's abwärts 90 kmh Mir wurscht Ich überhole sogar noch als LKW den Autofahrer Geil Darf ich eigentlich auch nicht, aber egal Das ist ja nur ein Spiel Bitte liebe LKW-Fahrer nicht nachmachen, ja was ich hier mach Ich bin der Thomas, ich darf alles So, zur Raststätte müssen wir nicht, weil jetzt hab ich keinen Durst mehr Stokehessen Ah ja Oh, nicht da reinfahren Oh Gott Hilfe Oh, guck mal da oben, das spiegelt sich Geil Oh, Alter Das ist so schön So schön, um wahr zu sein Palim palim Mit der Flasche Pommes Mit der Flasche Pommes Mit der Flasche Pommes 136 kmh noch, das heißt ich bin gleich da In Düsseldorf Nach Bremen geht's auch dorthin Ich war noch nie in Bremen Nur in Berlin Aber nie in Bremen So, jetzt muss ich hier hochfahren Schön, schön weiterfahren Richtung Amsterdam, Bremen, Osnabrück Warum auch immer Aber es muss sein, wahrscheinlich Anscheinend So Schön hochfahren mit 90 Jawoll Huch Gott's Wuin Äh, Entschuldigung Warum, warum blinke ich überhaupt Ich muss eh da runter Oh ne, nicht wieder Landstraße Ecke, bitte Verschon mich Ich hasse Landstraße So, jetzt müssen wir aufpassen Ah, der bleibt stehen für mich Guck mal So freundlich ist der Geil, oder? Cool Jetzt muss ich mal aufpassen, dass hier jemand kommt von rechts Oh So, nach dem fahren wir Was denn jetzt Ah, dankeschön Danke fürs Warten Danke Wollt ihr Schokokeks? Huch 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 Okay, ist was Huch Huch Ah, nein Stimmt schon Gott's Wuin Ich dachte, ich bin jetzt falsch Oh Mann Mau Mann Huch Ich hab schon wieder bei den 5 Minuten hier Okay, jetzt hab ich doch durchscht Jetzt bräuchte ich doch was zum Glüggeln Zum Glüggeln So, schön hier um die Kurve fahren Lalalalalalalala Lalalalalala So, da leh Schön Wunderbar Jetzt sind wir ja gleich da In Düsseldorf Ich hoffe, die anderen biegen ab Hoffe ich Oh Gott, oh Gott Ah ja, die biegen ab Sehr schön Na gut, zwei nur Was soll's Wir fahren weiter Das ist doch sehr schön Wirklich wunderbar Nach 60 Kilometer Hier kommt ein Kollege Hallo Bus hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen Im Spiel Komisch So Jetzt müssen wir mal ein bisschen bremsen Weil vielleicht wollen wir die anderen hier abbiegen Oder so Wär schön Wäre wunderbar Ah ja, der will abbiegen Okay Und tschüss So Fahren wir weiter Vielleicht wollen die anderen da nach links Und ich will nach rechts Das wäre auch dann optimal Oh ja Oh Gott Eine Ampel auch noch Ich gehe mir halt gerade noch ab Okay Ach Gott Jetzt können wir hier blinken Wir müssen hier abbiegen Gell? Oh ja So Schön stehen bleiben So Wo fahren die hin? Müssen die mir genau folgen Gibt's ja nicht Hm Komm Ist das wieder Autobahn? Ich hoffe Haha Nein Nichts Autobahn Was rede ich da? Schade Duisburg? Ich dachte Düsseldorf Hallo Ich muss ja noch Düsseldorf Uhu Okay Okay Was auch immer Wieder eine Ampel Huh Ich muss ja nach rechts fahren Nach Düsseldorf Gott Oh Gott So Jetzt hört hier Duisburg auf Und dann kommt Düsseldorf Wunderbar Ich dachte schon Was will ich in Duisburg bitte? Hier geht's auch nach Köln Sehe ich gerade Na ja Es liegt ja alles hier Nah beieinander So Und da vorne ist es schon Juhu Wunderbar Sind wir ja bald da Hm So Jetzt schauen wir mal Ob es der erste Aufenthalt ist Ich glaube nicht Ich glaube da war ich schon mal Ah ich glaube schon Ah ne Doch Erster Aufenthalt Yes Ah ein Bus Juhu Cool So hier reinfahren Boah Alles knapp Okay Hier muss ich reinfahren Jetzt muss ich nur noch gucken Wohin überhaupt Wo ist denn der Platz Ach da hinten Okay Fahr mal dahinter Weil du's bist Ah Hier Okay Gut Fahr mal den da rein Naja gut Das werden wir wohl noch hinkriegen Oder So Schauen wir mal Ausgezeichnet Jawoll Kein Abzug Juhu Ich steigere mich Da seht ihr Ich bin schon geübter Arbeiter Cool Dann fahre ich mal fort Und dann sehen wir uns Im nächsten Part wieder Hier bei Euro Truck Simulator 2 Bis dann Tschüss